hallo ihr lieben und willkommen zu dem nächsten video heute wieder ein adventskalender und zwar ich habe nicht gedacht dass ich mir den anschaffe aber erst hier der evan may adventskalender das heißt es geht hier um kerzen der hat mich meine ich ich blende es euch wieder hier ein 129 99 ich habe eben geguckt ich meine das war 129 99 euro gekostet und man konnte nämlich eher bestellen als vip und dann gab es noch günstiger ich glaube normalerweise ist der noch teurer und das bedeutet pro türchen müssten das herrchen auch nach 10 euro 83 meine ich wert haben dann habt ihr den euren einkaufswert sage ich mal raus natürlich wäre es schön wenn ein bisschen mehr wert hat aber die kerzen sind ja generell teuer deswegen ist das so schwierig zu sagen ich wollte einfach mal die marke ein bisschen mehr austesten ich habe ein paar sachen davon die ich noch nicht ausprobiert habe und jetzt genau gucken wir uns das gute stück an er ist tatsächlich kleiner als gedacht als er eben ankam dachte ich mir so das ist ja ein winziges paket also werden hier glaube ich nur man hätte das natürlich nachgucken können nur ganz ganz kleine kerzen drin sein denke ich hätte mir nämlich gewünscht doch ich sehe es nicht dass auch zumindest eine oder zwei größere drin sind oder raum duft ich lasse mich komplett überraschen was hier drin sein wird verpackung für weiß ich nicht ist jetzt kein wow finde ich jetzt nicht so wunderschön aber wir machen das ganze mal auf ich muss mal gucken wo ich es aufkriege also ist mit magnet hier unten dann habe ich das so aufklappen und dann sieht das ganze von innen so aus finde ich natürlich cool dass es wieder befüllbar ist aber vom design hier ja finde ich jetzt nicht extrem weihnachtlich erinnert mich so ein bisschen an picknick keine ahnung naja wir schauen uns das gute stück jetzt an ich bin super super gespannt so ich so schon mal die nummer eins die habe ich hier und es wird halt wahrscheinlich ganz sicher eine kleine kerze sein wenn ich sie dann aufkriege weil ich glaube die kerze fast sehr gut rein dass ich da kommen mit dem finger hinzukommen oh gott leute ich möchte das kaputt machen weil ich den sehr gerne noch mal wieder befüllen wollen würde wo es geht echt schwer auf oder ich bin so doof also die erste richtung ist einmal ein und so sieht das aus sehr schön also ein kleines gläschen das sind 30 gramm sieht aber sehr süß aus ich bin so schlecht im dürfte beschreiben heute weil ich auch die schlechte nase habe nicht ehrlich ich bin ehrlich der richtung ein bisschen für mich da ja ich weiß es nicht weil die ich vielleicht ich gucke mal gerade drauf was da drin ist also ein ich glaube das müsste kiefer sein das heißt wir tun übrigens leider die rasen hier so eine straße lang wenn ihr das immer hört es müsste kiefer sein sederwood und eukalyptus jetzt wo man sagt also wie gesagt es riecht so ein bisschen für mich waldig eukalyptus minimal kann man den vielleicht wenn man es weiß wahrnehmen aber wie gesagt ich bin noch nicht die beste vielleicht riecht etwas besser aber finde ich angenehm ist auch nicht zu krass in meinen augen dieser duft nicht zu schwer das ist wirklich schön als nächstes haben wir so ein design und das finde ich sehr schön ist eckige finde ich glaube ich noch ein bisschen hübscher so sieht das ganze aus das sind jetzt 55 gramm also ein bisschen größere variante als eben und ist die variante cinnamon roll das ist ja mein duft so was liebe ich ja sowas was nach gebäck oder nach essen riecht finde ich schon schön ja auf jeden fall zimt riecht man es soll noch drin sein vanille und karamell köstlich also das ist wirklich ein richtig guter duft bei der drei haben wir diesmal ein längliches ich könnte ich weiß nicht könnte eine seife vielleicht auch sein zum selber anruhen ja ist es auch und zwar habe ich hier powder so free of microplastik cruelty free vegan aruba ist das caribbean nourishing and soft cleansing also ist halt einfach eine seife handseife die ihr selber anmischen könnt und dafür habe ich mir jetzt selber gekauft also hat jetzt nichts mit dem kalender zu tun hatte ich mir noch so ein set bestellt weil ich finde diesen seifenspender sehr sehr schön ich habe tatsächlich noch keinen so und den habe ich mir dafür extra so ein set bestellt damit ich das habe weil ich mir schon dachte dass sie aus seifen drin sein werden genau kann ich natürlich jetzt nicht dran schnuppern an sich aber der soll nach litchi magnolie und vanille riechen das hört sich finde ich eigentlich ganz gut an hört sich jetzt nicht winterlich an aber muss auch finde ich nicht alles hier drin nach winter riechen ich finde man kann ruhig mal das sortiment ein bisschen weit ausfächern und finde ich in ordnung habe ich noch nie getestet ich kann dementsprechend nicht sagen ob die was können dann haben wir hier die nummer vier das ist wieder so ein kleines gläßchen so sieht das ganze aus und das ist dresden weil er ist weihnachtlich er riecht einfach angenehm ich kann nicht sagen wonach aber ich richtig schön so stelle ich mir das vor so im herbst weihnachten so richtig dass meine bude riecht einfach geil ich gucke kurz nach das ist vanille kardamom und mandel einfach angenehm jetzt vielleicht so ein bisschen als würde man kekse backen einfach schön der ist wirklich auch absolut mein favorit richtig gut aber nichts geht über den mit zimt da den fand ich richtig toll die nummer fünf mache ich mal eben für euch auf dann haben wir tanneriff canary island da soll drin sein bergermotte lily also lily of the valley und sandalwood kann ich tatsächlich überhaupt nichts von raus riechen also habe ich gesagt ich bin da nicht so gut drin riecht einfach angenehm ich finde der riecht sehr leicht aber schön es tut mir natürlich leid dass ich das nicht so gut ich sagen kann wie was riecht weil ich kann das einfach nicht so gut aber ich möchte mir trotzdem vorstellen was hier drin ist und ob es gut oder schlecht riecht wobei das natürlich auch nicht ganz so wichtig ist naja wir machen weiter in der 6 soll hoffentlich was besonders drin sind das ist auf jeden fall was anderes und ich weiß auch nicht was es ist auf jeden fall nürnberg ich gucke mal gerade ein raumspray okay interessant das sind 50 milliliter soll noch klar ginger und cinnamon also auf jeden fall zimt ingwer und das andere weiß ich gar nicht genau ein duftspray einmal ich kann ja mal versuchen das hier hin zu sprühen auch wenn ich vielleicht nichts rieche aber vor allem meine nase ist gleich so mit düften voll ganz schön doll ich habe gerade zu schnell reingerochen glaube ich das hat mir gerade aber ganz schön das war doch auch lecker wo der geruch kommt mir übelst bekannt vor ja ich glaube so was also wie vom weihnachtsmarkt der schreit für mich weihnachtsmarkt und ich hätte fast gesagt nach glühwein riecht er für mich ich stehe nicht auf glühwein aber aber das so richtig denkt man hat an weihnachten doch ist lecker also ich kann mir das schon vorstellen dass man vielleicht mal seine kissen oder nur auf dem sofa damit einsprüht nicht so doll weil ich glaube der riecht schon ziemlich doll also eben als ich sofort reingegangen bin war das ganz schön extrem also vielleicht nur ein zwei spritzer wirklich und das nicht übertreiben ich glaube das könnte ganz nett sein die ersten sechs sachen gefällt mir schon ganz gut dann machen wir weiter mit der sieben den versuch zu öffnen das finde ich ganz schön schwer weil die halt gut ausgefüllt sind da wieder eine kleine kerze und zwar kairo und das sieht sehr süß aus mit dem kamel und so finde ich sehr niedlich so ich rieche mal zuerst auch wenn ich daraus nichts riechen kann das riecht wirklich so richtig ja doch es passt zu dem was also nach kairo oder so stelle ich mir das vor tonka bohne safran und ember das riecht einfach wirklich ja nach wüste nach sand nach strand nach urlaub aber orientalischer urlaub also jetzt nicht irgendwie kann prag oder polen oder so geil wenn aber ich mag wirklich viele dürfte ich bin nicht so ich bin auch dafür so dass ich wirklich passt alles mal auf seine eigene art und weise halten das gibt dürfte oder duftkompensation die mir besser gefallen aber es gibt kaum was wo ich sage ich gar nicht gut jetzt habe ich hier petra petra treasures of the world auch wieder eine kleine das ist tobakko tonka bohne und ember also tabak tonka amber das kann ich auch wieder nicht angenehmer duft riecht aber auf jeden fall auch nicht nach winter naja gar nicht also finde ich in meinen augen meine nase das wird lang so ein bisschen viel ich bräuchte eigentlich mal so kaffeebohnen ich glaube die sind ja dazu ich glaube die sind ja dass du da irgendwas zu neutralisieren die bräuchte ich gerade weil irgendwie habe ich zu 1000 dürfte in der nase also ich kann das nicht so gut so hunderttausend sachen riechen deswegen machen wir das jetzt ein bisschen schneller ich werde jetzt nicht jeden duft erklären weil ich sage euch was drin ist wir haben hier allerdings wieder einen von diesen und meistens sind das solche kommandigen halt solche dürfte die nach was es war und riechen und das finde ich ja sehr gut toffee crunch wo ich bin ehrlich da rieche ich gerade gar nichts so nach haselnuss karamell und vanille riechen also ich weiß nicht ob meine nase jetzt schon dicht gemacht hat aber vielleicht ein bisschen vanille rieche ich aber das riecht für mich super super dezent also kann sein wenn ich jetzt mal mit der neuen freshen nase ran gehe dass ich es dann mehr rieche aber ganz leicht jetzt dann die zehn da haben wir edinburgh scotland das ist einmal die und die riecht noch black pepper lavender und vetiver wo leute ich kann wirklich nicht mehr so viel riechen das geht nicht aber ich sage die dürfte sind angenehm aber meine nase ich kann nicht an so vielen schnuppern ich könnte euch jetzt alles mögliche dazu erzählen aber ob das dann die wahrheit ist dass ein bisschen doof deswegen ich versuche immer daran zu schnuppern aber es stinkt auf jeden fall nichts in meiner nase wir machen mal die elf auf und das ist tatsächlich glaube ich ein raum duft also ein wie nennt man das irgendwann raumspray so ein duft verteiler durch stäbchen sagen wir es mal so und das ist die santa's sleigh ride north pole so sieht das ganze aus das mache ich jetzt natürlich nicht auf und rieche dran da sage ich sowieso nur was da drin hier steht drauf sind übrigens 50 ml tea leaves also teeblätter tonka bohne und sandalwood also sandelholz hört sich gut an bin ich gespannt drauf mal so im bad oder so in halt ein bisschen kleineren räumen damit es wirklich auch gut riecht kann ich mir gut vorstellen dann kommt die zwölf das können wir eine seife sein ist es auch powder zu persia wonach soll das riechen stand das hinten drauf oder muss ich das auch woanders durch diesen nicht hinten drauf hier blackfick also schwarze feige neroli und jasmin bin ich sehr gespannt drauf ich freue mich schon werde darüber natürlich dann auf jeden fall was erfahren in einem aufgebrochen video wenn ich das getestet habe die 13 ist wahrscheinlich wieder eine der kleinen kerzen die hat jetzt auch mal eine andere farbe was ich auch ganz schön finde das ist dieses diese unter marke glaube ich also es gibt ja ein mails gibt glaube ich ist faint für die paar fans und es gibt hier klub neu oder hier einmal ja so ein ambass sandelholz und vanilla riecht angenehm hat auf jeden fall jetzt mal die andere farbe ich denke nur weil es diese andere unter marke ist wo leute hier riecht alles der ganze raum riecht irgendwie nach 10.000 dürften also sie sind schon stark aber ich finde es sind keine kopfschmerz dürfte also das ist ja jeder anlass aber ich finde dass dass sie nicht so krass so so übrigens gerade eben schon die 13 und ich muss sagen ich finde die auswahl bisher gut ich finde die dürfte gut also ist halt einfach zum testen er müsste ja jetzt 65 euro wert in etwa haben was hier steht hat er definitiv auch also keine frage die kleinen kerzen sind auch nicht so ganz günstig elvenmaid ist teuer ja ich bin ehrlich ich würde mir den glaube ich kein zweites mal kauft kann ich jetzt schon sagen aber es geht einfach darum weil ich möchte einmal einfach verschiedene düfte austesten und das war's ich muss nicht immer für kerzen 100.000 euro oder so ausgeben aber soviel dazu jetzt waren wir schon bei türchen 14 und das ist soothing mind dreaming away das ist einfach diese hier und das steht drauf freesia lavendel und sandelholz hier nämlich mal lavendel war aber gut ich nehme ihn gut war also ich finde manchmal kann man ja ein bisschen zu stark sein das ist ja nicht unbedingt ein duft der jedem gefällt ich bin da so neutral als er ist in ordnung aber es wäre jetzt kein warum brauche ich mal so aber das war in ordnung so als nächstes haben wir die 15 und das ist wieder eins dieser gläser in der anderen farbe cherry kiss ich liebe kirche und das richtig sofort richtig gut wirklich kirche ist total meint ich glaube es geht aber vielen so dass die kirche gut finden soll nach himbeere mandelblüte und kirche riechen lecker lecker das ist auch eine meiner favoriten jetzt hier mit drin die 16 ist einmal das könnte das jetzt einfach verweilen unsicher ja von faint dieses parfum hier 15 milliliter und zwar cocoa clash karamell macadamia und vanille das hört sich richtig gut an ich muss mir immer auch schon auch wenn ich vielleicht nichts rieche aber ich muss es einmal testen ob ich was wahrnehmen weil das also alles mit karamell eigentlich ist schon meistens mein ding doch ich rieche es ich habe schon wieder zu viel ging zu sehr in die nase ort ist nämlich das jungen aber das ist für mich so ein richtiger herbst duft als ich mir vorstelle ich lauf durchs laub keine ahnung und tragen diesen duft und habe so eine pudel mütze auf und ein schönes outfit und rieche denn so doch das fühle ich oder abends am feuer mit meinem mann und dann trage ich das parfum doch das finde ich gut ist für mich aber jetzt kann also für mich ich hatte noch keins dieser dürfte also kein parfum von denen ich habe das gefühl ist nicht extrem kann sein dass meine nase einfach schon so halb dichtheit ist dass ich nichts mehr rieche aber ich glaube das ist nicht so aufdringlich wirklich ein hauch von würde ich sagen aber es riecht sehr gut dann kommen wir auch schon zu 17 und ich kriege es nicht auch ohne es zu beschädigen also das ist ein bisschen blöd man kriegt die dinge echt schlecht auf und dann haben wir die 2000er nostalgia einmal das hier 2000er finde ich schon mal gut litchi mango und vanille ja es riecht fruchtig riecht da gerade jetzt gerade explizit nicht raus die mango könnte man ein bisschen erahnen ich gut ich weiß nicht warum das jetzt genau 2000er sind aber ist richtig gut in der 18 haben wir wieder solch ein luft und zwar sugar cookie und deshalb riechen nach buttercream also buttercreme gerösteter zucker und vanille da richtig gar nichts wieder natürlich nur meiner nase geschuldet das wird noch was riechen aber jetzt gerade zu viel einfach aber ich denke das wird theoretisch was sein was ich mag wieder in der 19 haben wir noch mal einen ein pillo spray von evan may pilot spray clean meint das ist das hier das sind zehn milliliter und zwar lily of the valley nochmal also lily cotton und amber so sieht es ganz aus da rieche ich jetzt nicht dran ich werde jetzt nichts riechen aber einmal ein pillo spray dann die 20 haben wir wieder eine kleine kerze karen e suvignon special edition und zwar roterwein rhubarb was ist nun mal rüber ist das rhabarber ich glaube das heißt rhabarber oder ich kann es wirklich sein verbessert mich gerne ich bin mir ich wusste das auf jeden Fall jetzt auch nichts raus i'm sorry macht halt auch kein sinn nächstes jahr noch mal diese adventskalen dazu bestimmt ich euch hier nichts sagen kann aber ihr könnt immerhin sehen was dran als nächstes haben wir norwegen skandinavien und da ist mask lily of the valley und amber also die riechen alles schon recht ähnlich ne oh das rieche ich aber der riecht männlich der ist stärker wieder ja ich denke das morschuss was man dann halt riecht was so stark daran riecht riecht ein bisschen männlich aber riecht jetzt auf jeden fall nicht schlecht also würde ich auch an machen definitiv aber das habe ich auf jeden fall meine nase wieder sehr stark wahrgenommen es riecht schon ein bisschen stärker und ein bisschen doll anders als die anderen richtung noch mal eine von diesen tollen rein red velvet cake kamel schokolade und haselnuss ok das hört sich so ein bisschen denke ich richtig schokolade auf jeden fall raus finde ich in ordnung aber ich glaube ich würde mir davon nie eine riesen kerze kaufen weil so richtig schokoladig aber wenn der raum so ganz leicht danach riecht es riecht hier in der kasse gerade sehr stark finde ich aber wenn der raum so ganz leicht schokoladen mäßig riecht könnte das gut sein aber könnte auch nicht mein fall dann weiß ich noch nicht muss ich gucken die 23 noch mal glaube ich ein raum so und darüber freue ich mich sehr da haben wir cosiness scandinia so sieht das ganze aus und da ist vanille kaschmir und ember und jetzt trommelwirbel kommt die 24 aber das scheinen ich weiß nicht was es sein kann eine kerze denkt schon aber einmal eine runde etwas größere variante und zwar 75 gramm santa's workshop north pole alles klar wo ich kann es nicht sagen das war der kalender ich muss sagen würde ich dir noch mal kaufen wie ich finde jetzt ja doch ein bisschen süße richtig auch auf jeden fall raus ja das war der kalender ich muss sagen würde ich dir noch mal kaufen wie gesagt nein würde ich nicht letztendlich muss man realistisch sein so eine kerze wenn man den einen ja hält vielleicht zwei abende würde ich behaupten also wenn man von im winter wenn es schon dunkel wird sag mal 16 17 uhr die brennen lässt bis 23 uhr oder so dann hält die höchstens glaube ich zwei tage ja es hat dann so eine frage ob etwas dann wert ist weil letztendlich sind zwar ein paar immer ist gut zu testen sagen wir es einfach so es ist gut zum testen um die düfte kennenzulernen und wenn man jetzt einen absoluten favoriten findet kann man sich den ja gerne nachkaufen dafür ist es glaube ich gut um das elbe name so die man einfach kennenzulernen aber mir persönlich werden also ich müsste es nicht noch mal haben und ich kaufe mir auch selten da solche katz nach als er wirklich schon echt ins geld geht ich liebe zwar kerzen ich habe auch viele da ich habe schießt manchmal ganz günstig jenki candles und so dann bin ich auch zufrieden die ja habe aber auch schöne dürfte also kann man nicht sagen ich werde die auf jeden fall ausgiebig testen und euch in aufgebrauchten videos sagen wie ich es letztendlich fand ich habe nämlich ein recht großes wohnzimmer was sehr offen ist auch mit der küche ich glaube das sind alleine 40 40 50 quadratmeter würde ich jetzt mal so behaupten um den dreh auf 50 sollten es schon sein und dementsprechend ist dann auch schwer mit einer kerze den ganzen raum richtig zu machen ist ja was ich meine weil zeit offen ist ja ist halt die frage ihr könnt ihr gerne schreiben wie ihr euch gefallen hat der adventskalender genau ja ich fand den absolut in ordnung ist mit sowas habe ich gerechnet tatsächlich auch obwohl er zu klein ausgefallen das fand ich die ausbeute gut ja ich kann mich absolut nicht beschweren schreibt mir gerne wie ihr es findet ob ihr schon mal einen hattet ich hätte es vielleicht noch ein bisschen schöner gefunden wenn die nicht alle in diesem rot ton gekommen wäre ist natürlich weihnachtlich ja aber ich hätte mir so ein bisschen die auswahl vielleicht gewünscht weil normalerweise kommt ihr auch in grün und gelb in dies und das das war ja immerhin bei diesen hier der fall dass die unterschiedlich farben das finde ich ganz schön und ich kann mich nicht beschweren ich freue mich ich würde mich auch sehr darüber freuen wenn ihr mir einen kommentar da lasst oder ein daumen nach oben und für die leute die mich noch nicht abonniert haben und das vielleicht ganz interessant finden oder die videos die ihr sonst hier bei mir seht dann abonniert mich doch sehr sehr gerne das kostenlos und ihr würdet mich richtig glücklich machen damit bis zum nächsten mal tschüss